Mittwoch. Heute ist Gassan sehr früh aufgestanden. Um halb acht ist er in die Bäckerei gegangen und hat sich Brötchen geholt. Am Kiosk hat er eine Zeitung gekauft. Dann hat er Kaffee gekocht und jetzt sitzt er beim Frühstück. Er blättert schnell durch die Zeitung. Er sucht die Stellenanzeigen. Gassan ist Mitte 30 und Informatiker von der Hof. Aber sein Job macht ihm keinen Spaß mehr. Den ganzen Tag allein zu Hause am Computer sitzen. Er möchte lieber mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Gassan liest die Anzeigen und markiert interessante Stellen. Dann notiert er Fragen auf einem Zettel. Firma, Kontakt, Adresse, Arbeitszeiten, Festanstellung. Er trinkt noch einen Schluck Kaffee und holt sein Handy. Dann hoffe ich doch gleich mal an. So, wie war gleich die Nummer? Also, 089-7455-53-341 Eine Dame meldet sich. Gastro-Event, Sabine Wuttke, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Mein Name ist Korkmaz. Ich habe gerade Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Kann ich bitte Herrn Müller sprechen? Oh, tut mir leid. Herr Müller ist gerade nicht da. Aber vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ich habe ein paar Fragen zu der Stelle. Hm. Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Da müssen Sie mit Herrn Müller sprechen. Aber ich kann Ihnen einen Termin für ein Vorstellungsgespräch anbieten. Wann haben Sie denn Zeit? Ich, ähm, ja, ich bin da sehr flexibel. Heute Nachmittag? Moment, ich muss mal nachsehen. Heute Nachmittag? Heute Nachmittag geht nicht. Aber morgen? Gerne. Morgen Vormittag um 11 Uhr? Ja, das geht's bei mir. Prima, Herr Korkmaz. Ich habe den Termin notiert. Dann bis morgen. Entschuldigung, in der Anzeige steht keine Adresse. Ach so. Wir sind am Berliner Ring Nummer 128. Kommen Sie mit dem Auto. Sie können direkt bei uns parken. Nein, ich komme mit der U-Bahn. Dann nehmen Sie die U6 bis zur Parkstadt Nord von der Haltestelle, sind es zu Fuß noch fünf Minuten. Vielen Dank. Dann bis morgen. Auf Wiederhören. Na also, denkt Gassan und blättert zufrieden zum Sportteil der Zeitung. Da kommt ihm eine Idee. Er nimmt noch einmal sein Handy und wählt die Nummer von einem Freund. Sven-Bastian? Morgen, Sven. Gassan, guten Morgen. So früh. Wie geht's dir? Danke, es geht. Du, kann ich dich was fragen? Frag mich, lacht Sven. Ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch. Super, wo denn? Die Firma heißt Gastro-Event. Ich weiß noch nichts Genaues, aber hast du vielleicht ein paar Tipps für mich? Hm, auf jeden Fall musst du korrekt gekleidet sein. Am besten ziehst du einen Anzug an. Einen Anzug? Wirklich? Klar, du willst doch gut aussehen. Und sei unbedingt pünktlich. Wann ist denn der Termin? Morgen um elf. Und bleib immer schön höflich. Noch was? Ja, Teamfähigkeit ist wichtig. Das wollen Personalchefs wissen. Wie bitte? Ja, in einer Firma arbeitest du ja nicht alleine, sondern in einem Team. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Sag einfach, du spielst Fußball. Fußball. Gut. Danke, Sven. Und ruf mich morgen nach dem Termin an, ja? Tschüss. Nach dem Telefonat geht Gassan zu seinem Kleiderschrank und sucht seinen Anzug. Na ja, der sieht doch ganz schick aus. Zum Anzug brauche ich aber auch eine Krawatte. Die da. Die passt. Und jetzt noch ein Hemd. Nein, das Hemd geht gar nicht. Ich brauche ein helles Hemd. Er sucht weiter in seinem Kleiderschrank. Gassan hat viele Hemden. Gelb, grün, blau, bunt. Aber keins passt zum Anzug und zur Krawatte. Ich brauche ein neues Hemd. Gassan fährt mit dem Fahrrad in die Stadt. Im Zentrum ist ein großes Kaufhaus. Am Eingang liest er das Schild. Gassan geht in den ersten Stock in die Abteilung Herrenmode. Sofort kommt ein Verkäufer. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche ein Hemd. Kommen Sie bitte. Hemden haben wir hier drüben. Was suchen Sie denn? Ein Freizeithemd? Nein, ich suche einfach ein schönes weißes Hemd. Wie ist Ihre Größe? Meine Größe? Hm, ich nehme immer XL. Das passt. Unsere Hemden haben normale Kleidergrößen. 41, 42. Ich weiß nicht. Der Verkäufer ist nett. Und Gassan findet ein weißes Hemd. Und teuer ist es auch nicht. 35 Euro. Am Nachmittag sucht Gassan im Internet Tipps für sein Vorstellungsgespräch. Der Personalchef will bestimmt eine Bewerbungsmappe. Er findet viele nützliche Hinweise und schreibt eine Liste. Oh je, da habe ich ja noch viel zu tun. Ich brauche ein Foto, eine Bewerbungsmappe und Kopien von meinen Zeugnissen. Zuerst gehe ich zum Kopiergeschäft. Die haben auch einen Automaten. Da lasse ich gleich ein Foto machen. Dann kaufe ich die Bewerbungsmappe und anschließend schreibe ich meinen Lebenslauf. Am nächsten Tag klingelt der Wecker wieder um halb acht. Wie jeden Morgen kocht Gassan Kaffee, holt Brötchen und eine Zeitung. Aber heute liest er nur den Sportteil. Dann geht er ins Bad. Gassan duscht, rasiert sich sorgfältig und sieht sich zufrieden im Spiegel an. Gassan sieht auf die Uhr. Ach, erst neun! Da habe ich ja noch viel Zeit. Dann zieht er sich an. Das neue Hemd, den Anzug, Socken, Schuhe und die Krawatte. Er sieht noch mal auf die Uhr. Halb zehn, immer noch Zeit. Auf dem Küchentisch liegen die Dokumente für seine Bewerbungsmappe. Die Zeugniskopien, ein Passfoto und der Lebenslauf. Er liest seinen Notizzettel. Mist, ich habe den Bewerbungsbrief vergessen. Aber vielleicht brauche ich den gar nicht. Ich gehe ja zu einem Bewerbungsgespräch. Gassan geht zur Bushaltestelle und fährt mit dem Bus zur U-Bahn. Mit der Linie U6 fährt er zur Parkstadt Nord. Es ist erst halb elf und er geht noch ein bisschen spazieren. Dabei denkt er an die Tipps von Sven. Ich bin pünktlich, ich habe meine Unterlagen dabei, jedenfalls fast alle und ich werde höflich sein. Also, los! Um zehn Uhr fünfundvierzig betritt er das Büro von der Firma Gastro-Event. Die Sekretärin begrüßt ihn sehr freundlich. Er muss noch ein bisschen warten, aber pünktlich um elf Uhr kommt Herr Müller, der Personalchef. Das Gespräch ist sehr freundlich. Herr Müller liest die Bewerbungsunterlagen und stellt viele Fragen. Gassan ist ein bisschen aufgeregt, aber er kann alle Fragen beantworten. Gassan spricht vier Sprachen und hat schon ein wenig Berufserfahrung. Darüber freut sich der Personalchef. Gassan arbeitet manchmal als Nachtportier in einem Hotel. Dann fragt Herr Müller, Haben Sie denn schon einmal in einem Team gearbeitet? Ja klar, antwortet Gassan. Er denkt an den Tipp von Sven und sagt schnell, Außerdem spiele ich Fußball. Herr Müller lacht. Nach 20 Minuten ist das Gespräch vorbei. Sie hören dann von uns, sagt der Personalchef am Schluss. Am Nachmittag ist Gassan zu Hause. Er sitzt am Computer und arbeitet. Aber er ist nicht konzentriert. Dauernd denkt er an den Termin bei der Firma Gastro Event. Bekommt er den Job? Da piepst sein Handy. Eine SMS von Sven. Hallo Gassan. Wie war's? Ruf mich an. Gassan ruft gleich zurück. Hallo Sven. Na? Was ist los? Warum meldest du dich nicht? Hast du den Job? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wieso? Der Personalchef hat nur gesagt, Sie hören dann von uns. Oh je. Das klingt nicht so gut. Schade. Aber warte mal ab. Schreib eine kurze E-Mail und sag Danke für das Gespräch. Soll ich das wirklich? Ja, wirklich. Dann freuen die sich und vergessen dich nicht so schnell. Und wenn du den Job nicht bekommst, gibt es ja noch andere. Genau, zum Beispiel Nachtportier im Hotel. Also, tschüss dann. Zweimal pro Woche arbeitet Gassan in einem kleinen Hotel als Nachtportier. Von 18 Uhr bis 24 Uhr. Heute kommt um 19 Uhr eine Reisegruppe aus Italien. An der Rezeption ist ein großes Durcheinander. Die Touristen sind müde von der Reise und möchten schnell ihre Zimmerschlüssel. Gassan fragt nach den Namen und sucht im Computer. Entschuldigung, wie ist ihr Name? Flingelli. Flingelli. Finelli? No, no, Flingelli. Ach hier, Zimmer Nummer 24. Endlich haben alle ihre Schlüssel. Aber die Gäste haben noch viele Fragen. Wo gibt es ein nettes Restaurant? Wie weit ist es bis zum Zentrum? Kann man in der Nacht eine Stadtrundfahrt machen? Wo ist eine Disco? Zwei Stunden später ist es ruhig an der Rezeption. Die meisten Gäste sind beim Essen, im Kino oder im Theater. Gassan hat Zeit. Er blättert in einem Magazin und liest das Kinoprogramm. Gassan interessiert sich sehr für Filme. Er geht oft ins Kino oder sieht sich zu Hause DVDs an. Moment mal. In der Zeitung war doch eine Anzeige Schauspieler gesucht. Hoffentlich habe ich die Zeitung von gestern noch. Freitag. Am Morgen geht Gassan gleich nach dem Aufstehen in die Küche. Er kocht Kaffee und sucht die Zeitung von vorgestern. Hm, wo ist die bloß? Beim Altpapier? Samstag, Montag, Dienstag, Donnerstag. Mist, wo ist die Zeitung von Mittwoch? Beim Altpapier ist die Zeitung nicht. Gassan sucht in seinem Büro. Sie liegt nicht auf dem Schreibtisch, sie ist nicht im Papierkorb und die Zeitung ist auch nicht unter den Büchern. Er geht zurück in die Küche und trinkt Kaffee. Am Mittwochmorgen habe ich die Stellenanzeigen gelesen. Dann habe ich bei der Firma Gastro Event angerufen. Am Nachmittag bin ich in die Stadt gefahren und habe mir ein Hemd gekauft. Am Abend habe ich im Hotel gearbeitet und kurz nach Mitternacht bin ich nach Hause gekommen. Gassan überlegt. In der Nacht hat es geregnet. Meine Schuhe waren ganz nass. Genau, und da ist die Zeitung. Er geht in den Flur und sucht seine Schuhe. Da ist die Zeitung. Gassan zieht die Zeitung aus den Schuhen und liest die Anzeige. Wir suchen junge Talente. Schauspielerinnen und Schauspieler gesucht für unser neues Videoprojekt. Kommen Sie zu unserem Casting-Termin. HD Studio, Ruppertstraße 34, Freitag 14 Uhr. Freitag 14 Uhr, das ist ja heute. Da gehe ich hin. Vielleicht bin ich ja ein junges Talent. Gassan ist nervös. Um Viertel vor zwei holt Gassan sein Fahrrad und fährt zur Ruppertstraße. Das ist nicht weit. Am Eingang liest er das Schild. HD Studio. Daneben hängt ein Zettel. Casting, zweiter Stock. Schnell läuft er die Treppen rauf. In einem Raum sitzen junge Leute. Alle begrüßen ihn sehr freundlich. Er ist der Letzte, aber er ist nicht zu spät. Dann kommt die Regisseurin und begrüßt die neuen Schauspieler. Guten Tag, ich bin Ruth und ich begrüße euch zum Casting. Wir machen einen Film zum Alltag in Deutschland. Der Film ist für Leute, die gerade Deutsch lernen. Er soll sie motivieren und ihnen Spaß beim Deutsch lernen machen. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen? Zuerst geht Florian vor die Kamera. Er stellt sich vor und dann singt er sogar noch ein Lied. Super! Alle klatschen. Gassan überlegt sich auch eine lustige Vorstellung. Aber zuerst wird er noch ein bisschen geschminkt. Dann ist er dran. Er ist furchtbar aufgeregt. Merhaba, ich heiße Gassan, so wie Hassan, nur mit einem G vorne dran. Ich komme aus München und ich gehe gern ins Kino. Und zum Schluss sagt er, Tja, und auf Spanisch kann ich ein Stück Zitonenkuchen bestellen. Das finden alle lustig. Und er bekommt auch Applaus. Nach einer kleinen Pause kommt seine erste Szene. Gassan ist nicht mehr nervös. Seine Partnerin ist Olga. Die Regisseurin gibt den beiden ein Manuskript. Olga spielt die Rolle von Magdalena und er spielt Mehmet. Hallo, ich heiße Magdalena. Ich bin Mehmet. Mehmet Korkmaz. Woher kommst du? Ich komme aus Polen. Und du? Ich komme aus der Türkei. Aus Izmir. Hallo, ich heiße Magdalena. Wie heißen Sie? Mein Name ist Mehmet. Mehmet Korkmaz. Woher kommen Sie? Ich komme aus Polen. Und Sie? Ich komme aus der Türkei. Aus Izmir. Das ist ja ganz einfach, denkt Gassan. Die Regisseurin notiert seine Adresse und seine Handynummer. Danke, das war prima. Hast du morgen Zeit? Morgen ist Samstag. Ähm, ja, da habe ich Zeit. Wann denn? Wir drehen morgen Vormittag eine Szene in einer Schule. Möchtest du kommen und mitspielen? Ja, natürlich. Gern. Ja, gern. Samstag. Pünktlich um 9 Uhr ist Gassan in der Sprachschule. Die Regisseurin ist schon da. Ruth gibt ihm seinen Text. Was? Soll ich den ganzen Text auswendig lernen? Das geht aber nicht so schnell. Lies den Text ein paar Mal. Du musst ihn nicht auswendig lernen. Stell dir einfach vor, du möchtest dich für einen Sprachkurs anmelden und stellst dazu Fragen. Die andere Schauspielerin spielt die Sekretärin in der Sprachschule. Wir üben das zuerst ein paar Mal. Keine Angst, das kriegt ihr schon hin. Nach einer halben Stunde geht es los. Die Regisseurin ruft Ruhe bitte! Szene 3 Der Kameramann antwortet Kamera läuft! Ruth gibt Gassan ein Zeichen. Er geht die Straße entlang, liest die Kursangebote im Schaufenster und geht in die Sprachschule. Dann geht er zur Rezeption. Halt! Ruft die Regisseurin. Gassan bleibt stehen. Habe ich was falsch gemacht? Ja, nimm bitte deine Mütze ab. Also, du gehst die Straße entlang, lies die Kursangebote und am Eingang zur Schule nimmst du deine Mütze ab. Okay? Dann ruft die Regisseurin. Szene 3 Die zweite Guten Tag! Guten Tag! Ich möchte mich für einen Spanischkurs anmelden. Ja, gern. Sind Sie Anfänger? Ja, aber ein bisschen Spanisch kann ich schon. Der nächste Anfängerkurs beginnt nächsten Montag. Der Kurs ist zweimal pro Woche, Montag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Super! Super! Und wie lange dauert der Kurs? Drei Monate. Das ist in Ordnung. Ja. Gut! Dann brauche ich nur noch Ihre Daten. Wie ist denn Ihr Name, bitte? Gökjeol. Wie bitte? Gökjeol. Können Sie das bitte buchstabieren? Zuerst den Vornamen. Vorname Pülant D-U-L-E-N-T Ja. Der Nachname G-Ü-K-C-E-O-G-L-U Wie ist denn die Adresse, bitte? Die Adresse ist Bülerstraße 34 in 80993 München. Ihre Telefonnummer, bitte. Das ist die 0176 12 10 89 34. Haben Sie auch E-Mail? Ja. Das ist Bülant at Mail.net. Vielen Dank. Dann brauche ich noch Ihre Unterschrift, bitte. Dankeschön. Und wann muss ich den Kurs bezahlen? In der ersten Kurswoche. Am ersten Kurstag. Ja, dann bis Montag. Gut, bis Montag. Vielen Dank. Sie drehen die Szene ein paar Mal. Die Regisseurin ist zufrieden. Uff, das war ganz schön anstrengend. Man muss sich sehr konzentrieren. Ja, Filme machen ist harte Arbeit, lacht Ruth. Aber das war prima. Du spielst sehr natürlich. Perfekt. Gassan ist stolz. Danke. Also, ich mache das gern wieder einmal. Nächste Woche geht die Arbeit weiter. Ich melde mich bestimmt bei dir. Sehr schön. Tja, ich gehe dann. Also, tschüss. Moment, nicht so schnell. Du bekommst noch deine Gage. Meine Gage? Ja, dein Honorar, dein Geld. Komm, das machen wir gleich. An diesem Abend arbeitet Gassan nicht im Hotel. Er geht früh ins Bett. Aber er kann nicht schlafen. 300 Euro. Ich habe 300 Euro Gage bekommen für zwei Stunden Arbeit. Er rechnet. Zwei Stunden. 300 Euro. An einem Tag, also in acht Stunden, bekomme ich 1.200 Euro. In einer ganzen Woche sind das dann 6.000 Euro. Das macht im Monat 24.000 Euro. Und in einem Jahr 288.000 Euro. Dann bin ich in dreieinhalb Jahren Millionär. Wow. Zufrieden schläft er rein. Gassan träumt, er ist ein berühmter Filmstar. Er lebt in einer großen Villa am Meer. Er fährt ein tolles Auto. Und bald bekommt er seinen ersten Oscar. Gassans Handy piepst. Aber er hört es nicht. Ruth hat ihm eine SMS geschickt. Hallo, Gassan. Nächster Termin, Dienstag, 9 Uhr. Sonnenstraße 128. Sei bitte pünktlich. Ruth. Dienstag. Von Montag bis Freitag klingelt der Wecker von Gassan um halb acht. Dann geht Gassan Brötchen holen und kauft eine Zeitung. Er trinkt Kaffee, liest ein bisschen in der Zeitung und um neun Uhr sitzt er am Computer und arbeitet. Heute hat der Wecker nicht geklingelt. Oder er hat ihn nicht gehört. Und Gassan hat verschlafen. Er wacht erst um neun auf. Was? Schon neun? Er springt aus dem Bett, läuft ins Bad und zieht sich an. Dann rennt er zur Bushaltestelle. Der Bus fährt gerade weg. Mist. Er liest den Busfahrplan. Der nächste Bus kommt erst in einer halben Stunde. Viel zu spät. Er sieht auf seine Uhr. Viertel nach neun. Ich komme viel zu spät. Er denkt kurz nach. Dann läuft er nach Hause und holt sein Fahrrad. Er muss so schnell wie möglich in die Sonnenstraße. In der Sonnenstraße warten die Regisseurin Ruth und die anderen Schauspieler auf Gassan. Machen wir nicht weiter? Fragt Olda. Es ist neun. Aber Ruth möchte noch fünf Minuten warten. Sie ist ein bisschen nervös. Vielleicht kommt Gassan nicht. Sie haben nicht so viel Zeit und können nicht lange warten. Dann muss ein anderer Schauspieler die Rolle von Gassan spielen. Um Viertel nach zehn kommt Gassan mit dem Fahrrad in der Sonnenstraße 128 an. Er steht vor einem großen Bürohaus. Er sieht sich um, aber er sieht kein Filmteam. Er geht zum Eingang. Verschlossen. Er liest viele Schilder von Firmen. Aber wo soll er klingeln? Ganz unten steht auf einem Schild Hausmeister. Gassan klingelt. Durch den Lautsprecher kommt eine Stimme. Ja, bitte? Hanno, ich suche das Filmteam. Das Filmteam? Die sind schon fertig. Wie bitte? Ja, die haben schon sehr früh angefangen, um halb acht. Vor zehn Minuten ist das ganze Team abgefahren. Danke. Gassan ist enttäuscht. Langsam geht er mit seinem Fahrrad durch die Sonnenstraße. Das war's dann wohl. Keine Karriere beim Film. Kein Oscar in Hollywood. Kein Millionär. Ja. Kein